Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu ARK! Nico? Hallo! ARK! Es ist ARK-Zeit! Äh, sag mal, meinem geht wieder mein... Oh, ich hasse dieses... Drück, äh, bitte konfigurieren noch mal die Einstellung, heißt das bei mir. Okay. Okay, also... Stimmt! Hier laufen ja auch Säbelzahntiger rum. Tschüss! Alex, woher weiß ich, welche Pfeile ich angelegt habe? Hast du gerade ein Foto gemacht? Ich? Bei mir hast du gerade so... Okay, also hab ich ein Foto gemacht, hätte. Nico, ich mache Fotos. Äh, wie... wie... was noch mal? Was war deine Frage? Woher weiß ich, welchen Pfeil ich angelegt habe? Oder wie kann ich Pfeile noch mal... runterziehen einfach, oder? Ja, genau. Müsste eigentlich gehen, oder? Oder rechtsklick drauf und anwenden. Ah, ja, ja, ja. Okay, nee, ich sehe... Okay, alles klar, passt. Nico, ich habe keine Ahnung, wo ich eine kleine Basis errichten soll. Aber ich glaube, ich werde es einfach hier tun. Weil eine kleine Basis wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht hier. Weißt du, vier Wände und so. Ich bin, ähm... am Arsch der Welt, gefühlt. Ähm... Ganz oben rechts auf der Karte. Oha, so weit weg? Ja, ja, ja. Ich will ja, ähm... Und so. Eins, zwei, drei. Schon wieder ein Foto. Wer macht denn Fotos von mir? Welcher perverse Dino ist das? Leute, machen Fotos von mir. Oder die Dinos machen Fotos von mir. Ah, ich hätte eine Sichel mitnehmen sollen, damit ich Fasern habe. Das ist egal. Ich muss aufpassen. Ich bin hier im Dschungel und... Ich weiß, hier gibt es richtig große Dinos auch. So, ich teste jetzt, ob ich den hier betäuben kann. Mich betäuben? Der kann sie nicht befreien. Schon wieder. Hört doch auf, Fotos von mir zu machen. Bekloppte Dinos. Selten so bekloppte Dinos gesehen. Ich habe nur Angst, dass gleich so ein T-Rex da rauskommt. Schon wieder. Ich weiß was. Habe ich Greenshot an? Okay. Ich muss... Greenshot macht, glaube ich, Fotos von mir. Der geile Typ, ey. Okay. Ja, stimmt. Ich bin ja noch ein Level auf. Ja, ich... Tot. Ich kann jetzt Metallsachen bauen. Ich kann Radio bauen, Nico. Und eine Kriegskarte. What the fuck? What's the actual shitty fuck? Oh, oh. Jetzt wird es dunkel. Schon wieder. Hä? Was passiert bei dir? Womö werden schnell nicht Bilder gemacht? Irgendwas hier... Ich weiß auch nicht warum. Boah, jetzt ist es aber wirklich dunkel geworden. Bei mir ist es noch recht hell. Also dunkel auch, aber... Was ist denn los? Eins, zwei, drei. Warte. Oh, okay. Jemand macht Bilder von mir, sagst du. Schon wieder. Hört doch mal auf, Dinos. Wahrscheinlich sind das irgendwelche perversen Dilophosaurier, die rennen mir so hinterher, nicht? Toll, jetzt nehme ich Steine mit. Kann ich ein Lagerhaar machen? Wir ignorieren das jetzt einfach mal für ein paar Minuten. Wenn es nicht weg geht, muss ich noch mal re-loggen. Ah, mir fällt, mir fällt, hallo mir fällt was, mir fehlt Stroh. Gut, das kann man ja ganz gut beheben. Warte mal ganz kurz. Warte mal, ich starte mal TeamSpeak. What the fuck? Hallo. 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 Ich höre jetzt die Fotos auf. Okay. Das mit dem Server, dass der stehen bleibt, das funktioniert irgendwie nicht, gell? Warum? Wie meinst du? Der ist glaube ich wieder weiter gelaufen, oder? Ich habe ihn ausgemacht, definitiv. Ich war ein braves Alex. Ich will sie gar nicht bestreiten. Ja. Ich glaube das funktioniert einfach nicht. Aber der ist offline, also bei Nitrado ist der offline offline. Da sind tatsächlich unsere ganzen Bären weg. Kann auch sein, vielleicht waren da einfach keine Bären drin. In unserem Tier? Ne, ne, nicht im Tier. Also weil im Tier sind die Bären, oder? In der Truhe meinte ich, aber das... Ja gut, aber die spawnen halt mega schnell, ne? Ja, das stimmt auch. Ihr könnt ja ganz einfach gucken, ihr müsstet ja dann noch zu essen haben. Ne, ne, okay, der war schon angehalten, das passt. Okay. Ich mach dir mir schon Sorgen. Eins, zwei. Machen wir mal zwei von denen. Was ist denn der Shortcut da für E? Und dann brauchen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Noch zehn Wände. Vier kann ich machen, geil. Es wird der Tag kommen, an dem ich gefressen werde. Aber jetzt macht's nicht mehr... Steck mal die Waffe weg, danke. Was fehlt mir an Rohstoffen? Gut. Oh, wird bald eintreffen. Was? Essen? Oh. Ja. Heute ist echt so ein Zockertag, ihr sagt's ja. Wir werden einfach alt und fett. Also alt sind wir sowieso schon, aber... Na gut, das zweite weiß ich noch nicht. Vier hatte ich, also brauche ich sechs Stück. Ich kann exakt sechs herstellen. Perfekt. Zum Glück bin ich bald nicht auf der Insel da hinten. Vier, fünf, sechs, so. Jetzt brauche ich nur noch vier für die Decke. Ich brauche noch vier auf den Deckel. Was? No, vier müsste jetzt kommen, aber es kommt nicht. Ich kann einen Motor vor eine Seilrutsche herstellen. Eko? Das hört sich ziemlich gut an, muss ich sagen. Okay. This is the forest style, oder? Seilrutsche. Schön. Oh ja. Setz... Setz forest. Setz forest. I tell you, my friend. Was macht denn der Dilofo hier? Hey, Kollege. Dilofo. Er ist tot. Dilofo. Das war ein Dilofo. Aber jetzt habe ich Fleisch hier drüben. Okay, ich brauche noch ein bisschen Fasern und dann geht's ab hier. Okay. Das ist ein Tier, mit dem kann ich umgehen. Das wird mich nicht instant hassen, wenn ich es angucke. Ah, hier ist ein Triceratops. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Kann ich jetzt vier Decken noch herstellen? Zwei, was fehlt. Ah, diese bekloppten Fasern, ey. Geiler Typ, ey. Du musst dir zwar aufpassen, weil er ja so ein bisschen geschlagen hat, aber mit der Armbrust komme ich ja weit genug. Ah, und du hattest dann Pfeile und dann ist er schlafi, schlafi gegangen. Oh, ich bin gleich da. Ich muss kurz an die Tür. Ja. Ja, Nico. Erstmal fett abphrasen. Hallo? Okay. Ähm, ein Bett bräuchte ich dann auch noch. Ja, toll. Was haben wir denn? Drei Decken, noch eine Decke. und ein Bettchen. B-b-b-b-b-b-b-b-b-bett. Kann ich nicht? Oh nein, das kann oder nicht. Egal, ich lerne das Bett. Ja, ja, alles gut. Machen wir. Ich brauche dringend ein Bett, deswegen... Ähm. Busse. Oh nein. Leder. Oh nein. Oh mein Schlafsack. Ist egal. Ja. Mach hin. So. Ähm. Abfahrt zum Wasser. Boah. Da hinten wird schon hart diskutiert. Okay. Wir haben hier ein Bett. Okay. Jetzt meine große Frage. Ich brauche nicht... Hallo? Hallo. Da freut sich aber jemand. Hallo. Hi. Ist da der Nico? Ja. Der Nico mit Essen. Du bist geil. So. Habe ich... Bin ich zwei Level gleich aufgestiegen? Gerade eben? Das kann ich nicht sagen. Ne, ne, ne. Okay. Ich habe eine Lazarus-Suppe. Nico, was ist eine Lazarus-Suppe? Ich kann ich dir beim besten Willen nicht beantworten. Geil. Der Triceratops. Ich mag ihn. Oh. Hier ist ein... Der Triceratops. Ach. Er ist ihm da... Wie steige ich denn wieder da ab? Ach. Okay. Inventar öffnen. Level aufgestiegen. Hier ist ein Tier gelandet. Okay. Das habe ich gleich mal ange... Schossen. Ähm. Wie muss ich jetzt machen? Verhalten, oder? Ja. Äh. Was muss ich machen? Äh. Äh. Moment. Das ist Stable Following. Dann bleibt er doch stehen, oder? Sollte er. Ja. Macht er geil, du. Da steht er mit den anderen. Okay. Ich hole mir schnell eine Gabel. Oh ja. Kannst du auch mit den Händen essen. Gleich kommt. Nein. Ach nö. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Dann noch eine. Ach. Ich habe eine Nummer. Okay. Ist ja egal. Ah. Da passt einfach mehr. Ah. Okay. Oh. Nico. Der ist zwar ein bisschen lahm, aber das ist einer meiner Lieblings-Dinos. Deswegen freue ich mich ein bisschen. Äh. Nico. Darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja. Bau S-Plus-Truhen. Da hast du mehr Platz drin. Oh. Ist mir gerade aufgefallen. Dann werde ich das in Zukunft tun. Kannst auch unsere alten abbreißen. Mir ist das gerade aufgefallen. Ich habe hier eine S-Plus-Truhe gebaut und eine normale und ja. Ach. Okay. Ah. Du bist ein Triceratops. Du tust mir nix. Geh selbst. Ich würde nebenbei essen. Ja. Mach das. Du hast dir ein Ei rangeholt. Ja. Nein. Das hört er schon am Schütteln. Ja. Natürlich. Was denn sonst? Ich habe mir ein Ei dann geholt und ein Uludak. Oh. Du bist aber einer. Hör mal. Oh. Da geht das noch auf. Oh. Oh. Das Tier ist groß. Tschüss. Ich kann hier kein Eisen holen. Nicht kaputt gehen, Alex. Ich habe ein Bett gebaut. Ah. Okay. Ich stehe bei einem Triceratops. Oh. Die Raptoren haben Angst vorm Triceratops. Oh. Ja. Gut. Der ist auch ein bisschen körperlich überlegen würde ich sagen. Oder? Ja. Weiß ich gar nicht. Raptoren sind kacke. Na gut. Die sind halt schon mies eigentlich. Hallo Triceratops. Mir ist zu heiß. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil es kann sein, dass er nämlich gleich wegrennen muss. Guck mal. Wie ist es halt nett, ne? Oh. Da kommt was. Nun. Oh. Da unten ist schon was. Was ist hier? Oh. Ein bisschen Zeug. Alter. Wenn sich die Dinger auflösen. Das ist so. Als ob der halbe Weltuntergang da wäre. Was löst sich auf? Ah. Diese blöden. Weißt du da wo. Moment. Du musst zuhören. Also. Okay. Äh. Äh. Da wo die. Äh. Diese. Diese Dinge. Die vom Himmel runterkommen. Weiß er. Und die sich auflösen. Da kam bei mir auch grad eins. Die sind so shitty laut. Oh. Hier sind Skorpione. Und ich hab gekackt. Bauplan leere Kryo Kapsel. Das ist geil, ne? Das hab ich schon gelernt. Ah ne. Hab ich nicht gelernt. Aha. Man gebe mir Metall. Da ist jetzt lauter so Strohstrukturen drin. Aber die brauchen wir doch gar nicht oder? Nö. Nö. Schade. Ich werfe auch gerade Zeug ab. Na dann. Kann ich das gar nicht brauchen. Elektrisch ein. Eine Kryo Kammer. Was ist das? Ein Tech Replikator. Naja. Gut. Da gab's schon spannende Sachen als Strohstrukturen. Das ist bisschen enttäuschend. Es ist traurig. Ist da. Haben die. Also. Sind die verschieden gut. Kommt auf an welche Farben die haben. Oder. Die Teile. Die strahlen da. Oder. War das jetzt einfach nur Zufall. Dass das einfach nur Strohstrukturen waren. Und nichts geileres. Ich glaube die Farben sind immer unterschiedlich. Und es gibt dann auch immer unterschiedlich geile Sachen. Mh. Mal gucken. Mh. 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 Also ich habe jetzt schon mal 200 Eisen, aber das ist halt das Problem. Ich brauche irgendein riesiges Lastentier. Weil mit 200 Eisen, was willst du denn damit anfangen? Oh, Fange. Hammer. Was sind meine... Na, unten sind Triceratops. Hallo. Was ist denn meine Bude? Nein. Alter, ich bin fast tot. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen.